Und da spielen fünf Flötenkinder der Volksschule Schirmitzbühlen mit. Also das große Orchester sozusagen und die fünf Flötenkinder. Einmal eine ganz interessante Mischung. Ich glaube sowieso, dass wir heute einen wunderschönen Nachmittag verbringen. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich wünsche uns viel Vergnügen heute mit dieser Veranstaltung. Vielen Dank. Und ich wünsche uns viel Vergnügen heute mit dieser Veranstaltung. Und ich wünsche uns viel Vergnügen heute mit dieser Veranstaltung. Und ich wünsche uns viel Vergnügen heute mit dieser Veranstaltung. Und ich wünsche uns viel Veranstaltung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist denn mein Schatz gerieben? Ist nicht hier, ist nicht da. Ist nicht hier, ist nicht da. Ist nicht hier, ist nicht da. Ich wünsche uns viel Veranstaltung. Ich wünsche uns viel Veranstaltung. Und ich wünsche uns viel Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kikarikiki 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 Kikarikiki